Jetzt Frau von der Leyen einmal durchatmen. Mr. Perfection, er ist das Maß der Dinge momentan wirklich für mich heiterlich. Unglaubliches hat er uns hier zelebriert an diesem Wochenende und für mich hat er es jetzt wirklich auch verdient. So, aber dafür muss er 0 bleiben und dann nochmal etwas schneller als Gazelle und Genferring. Immer wieder, immer wieder anstrengend, immer wieder nach dem Landen die Situation nutzen, um das Ganze nach vorne aus. Außer jetzt hier an der Kombination, da heißt es ein bisschen mit Bedacht, 18 Richtung 19. Er ist ein bisschen hinten dran, wir sehen es auch in der Zwischenzeit, 57. Dafür geht er aber zwischendurch und kriegt eine schnellere Linie. Hin zu dieser Planke, da hat er wieder ein bisschen Zeit gut gemacht. Auch hier den idealen Fluss und jetzt, Daniel, jetzt musst du nochmal richtig aufs Gas treten. Hin zum letzten, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Ganz, ganz knapp. Es ist eine großartige Leistung geworden, das muss man wirklich sagen. Es ist eine fantastische Runde geworden und spätestens jetzt, lieber Daniel Deusser, sind alle Fans von Daniel Deusser. So unglaublich sympathisch, sportlich, so unglaublich präzise und fantastisch, muss man ganz ehrlich sagen. Er bringt unseren Springsport fast so ein bisschen auf ein weiteres, noch perfekteres Niveau und alleine dafür möchten wir uns bedanken. Ken Farrington holt sich zurecht, absolut zurecht den Sieg hier im Rolex Grand Prix, meine Damen und Herren. Es gab bis dahin noch keine Nuller.